Hallo aus Durmstrang. Ich bin heute euer Kommentator bei einer zweifelsohne besonders packenden Partie Quidditch. Willkommen in Durmstrang. Die Spannung steigt, während sich zwei Teams für eine zweifelsohne packende Partie Quidditch wappnen. Die Spannung steigt, während sich zwei Teams befindet. Der Jäger haut den Kroffel durch ihn weg. Winnie stürzt beinahe so schnell, wie sie fliegt. Ah, der Spieler hat die Kontrolle verloren. Der Jäger geht zu Boden. Ja, diesen Verlust soll das Team spüren. Der Jäger geht zu Boden. Der Jäger geht zu Boden. Der Jäger geht zu Boden. Die Spannung steigt, wenn er die Kontrolle ist. Der Jäger geht zu Boden. Der Jäger geht zu Boden. Boah, es gibt noch kein schöneres Gefühl, als den Bottle ins Ziel zu bringen. Vorbildliches Tor, 10 Punkte. Nach erbittertem Kampf bleibt nur ein Sucher übrig, mit dem Preis in der Hand. Der Quuffel segelt durchs Tor. 10 Punkte für einen zielgenauen Schlag. Die Parade demonstriert, dass ein kompetenter Hüter das Match für sich entscheiden kann. Diese Parade demonstriert, dass ein kompetenter Hüter das Match für sich entscheiden kann. Versuch das mit einem klassischen Manöver, der platzelt Tornadoes und trifft. Ja, diesen Verlust wird das Team spüren. Der Jäger geht zu Boden. Ah, der Spieler hat die Kontrolle verloren. Der Jäger haut den Quuffel durch den Regen. Die Weasley stürmt dem Quuffel hinterher und hält ihn gerade noch auf. Der Jäger geht mit einem klassischen Manöver, der tazelt Tornadoes und trifft. Der Kampf um den Schnatz ist hiermit entschieden Und das Spiel ist beendet Ich bin Aylan Warnack Ihr könnt jetzt nach Hause gehen Ich bin Aylan Warnack